Geht an! Geht an! Geht an! Ja anscheinend darf man das, anscheinend ist das kein Problem. Anscheinend ist das hier kein Problem. Geht an! Geht an! Geht an! Geht an! Geht an! Warte! Du hast einen Nade, du lass zusammen einen Nade nach. In die Mitte schmeiße. So, Richtung T-Ramp, ja. Aber zeig dich nicht zu sehr. Nicht, dass sie sich wegsnipen können. Ich weiß, wen du da hatten dürft. Oh mein Gott, Digga. Weißt du, wann dieses Spiel rauskommt? Plänt! Vierter Quartal, 2021. Ne, Mai 2024. Ah, dein erstes Quartal. Oh nein, zweites. Zwölf durch vier rund. Halt zum Maul, Digga. Ob du hast recht? Ja, das hab ich gar nicht nachgedacht. Oha, Full-Control. Full-Control. Hä, doch? Januar Februar März. Oder März ist jetzt im dritten Monat, das heißt noch im ersten Quartal. Mei, du Spass, du Fotze, ich hab März verstanden. Junge, das klang voll weird, Alter. Ich bin schon hinter dir. Oh, Scheiße. Ich bin schon hinter dir. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was ist passiert? Haben die sich irgendwie eingeschritten, haben jetzt alle keine Proteine mehr? Äh, ne, Elektro... 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 Lüten... Ja, und das, was du halt so in dieses komischen Sport-Rings rausbekommst, wo ein bisschen... irgendwas drin ist. Hast du irgendwas Synthetisches meinen? Äh, ne, ne, fuck, wie heißt das, ähm... Ich weiß, was du meinst. Äh, Isotopisches? Nein. Digga, das ist... Ich will keiner dummer wissen. Isotopische Getränke sind's, oder ist es Sport-Getränke? Isotonisch, Digga! Was für isotopisch! Hm, lecker! Okay, keiner. Hm, lecker! Isotopisches Getränk! Und dann hörst du ein fucking Geiger aus, die da hochstehen. Geiger aus!